Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft, ähm, die Hardcore Games. Kennt das vielleicht noch unter den Namen Hunger Games? Veraltet. Die Hardcore Games ist ein Spiel, äh, leicht abgekupfert von dem Film Die Tribute von Panem. Kennt ihr bestimmt die Hungerspiele, äh, Philipp rennst du mir hinterher? Ja. Äh, Ziel des Spiels ist es, alle auszulaschen und dann ist, wenn man letzter Überlebner ist, hat man gewonnen. Ne, ähm, es gibt hier verschiedene Kids, wie zum Beispiel Kid Kannibal, das bin ich. Wenn man Leute schlägt, füllt, wenn ich Leute schlage, füllt sich mein Hunger auf, ne, und sie kriegen Hunger zwar, ist sehr gut, dann können sie nicht wegrennen. Philipp ist Monk, ähm, er hat so Lorenrute, wenn er Leute damit schlägt, ähm, warte, warte, ich will den Kopf, wenn er Leute damit schlägt. Wo bist du? Im Sumpf. Null und 300, äh, 300 und 0. Wenn der Leute damit schlägt, wird das, was sie in der Hand haben, äh, mit einer Sache im Inventar getauscht. Also krieg ich immer mehr Schaden. Ungute Situation, will ich meinen. Hast du irgendwelche Items? Ich bin jetzt beim Sohn. Okay, wo bist du jetzt? Bei welchen Koordinaten? Ich bin bei denen, die du gesagt hast gerade. Null und 300. Ah, Madman in mein Umfeld. Äh. Da war ich eben 0 und 300. Da, da ist ein Typ und noch ein Typ. Der Typ hat ein Steinschwert, der macht mir Angst. Und der andere Typ kein Arme. Ich bin bei 0 und 300. Ja, warte, ich bin weggelaufen. Warte, ich bin jetzt bei 0 und... Ich komme zu 0 und 300. Da hast du Fisch. Oh. Interessant, der Madman hat ein Steinschwert. Und er ist mad. Er bemerkt uns nicht. Dein Ernst? Yay. Wo ist der Kerl hier noch? Sing. Oh, Pilze. Cool. Habt ihr Madman gefunden? Mh. Attacken? Können wir machen. Oder ich gebe dir kurz die Hälfte meiner Schalen ab. Okay, Attacken. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Sticht, sticht, sticht. Hab ihn gemangt. Hab keine Pilze unten, kein Problem. Ja. Der frisst ordentlich, Philipp. Der kann nicht mehr überleben. Äh, wenn du jetzt noch kommen würdest? Ja, bin ich. Er ist tot. Yay. Guck, hier gibt's so ein epische Kämpfe, will ich meinen. Ja, ich hab meinen Skin vor kurzem geändert, aber ich wollte ihn nochmal verbessern, da hat Janni es mir nicht erlaubt. Ja, weil ich hatte Bock zu zacken. Hast du noch Suppen? Nö. Ja, dann hier. Okay, Pilze sammeln. Bist du noch hinter mir? Ja, eben warst du laut, eben warst du laut, ey, eben warst du laut. Ja, toll. Ja, Mac hat die ganze Zeit wegen meinen Mikrofoneinstellungen meine erste Aufnahme. Ja, warum hab ich das nun nicht alles richtig konfiguriert und so. Und ich hab eine Socke weniger. XP. Da oben ist ein Affe im Baum. Mach was. Nicht Kraft, du meinst in der Schule. Boah, komm. Ja? Janni, da ist jemand. Boah, nein, gar nicht. Mein Melek des Übels. Ja, was ist die Übelseite? Dann Out of Pilsacken, mach kaputt. Ja? Ja, meins. Ja, super. Ander, äh, zwei Herzen und du? Meins. Kriegst du auch das, 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 das? Die stehst du bald, ey. Ja, ich hab meinen. Ich hab'n paar Schalen, ne? Nächster. Oh, ein Stein stört für mich. Komm. Lass weiter versuchen, Pilze zu sammeln. Lass uns doch Leute jagen. Haben doch genug. Nee, ich hab'n nicht mal eine Hotbar voll Pilze, ne? Gezogen. Oh, dann lass doch gleich mal auf das Team hier gehen. Ist doch nix dabei, ist nur ein Team, ne? Hört so um. Und so. Wo bist du? Auf Fiber. Auf Fiber down. Auf Fiber, Jürgen Meister. Ich hab's das Gefühl, er hackt. Nein, der hackt nicht. Achso, dann war's nur so. Guck, ein Team ist das ziemlich einfach eben. Hab' ich auch schon ne Runde gespielt, aber Fraps hat mich aufgenommen oder so. Irgendwas war da. Ja, und da bin ich halt dank nem Team gestorben. Ich, steht, gammel da so dumm rum, ähm, kommt der Erste. Ja, den hab' ich gekillt. Hatte nur noch wenig Herzen. Und dann kam der andere, und ich war, ja, tot. Oh. Oh, gosh. Okay, hast du Pilze? Äh, 17 und 8 und Schüsse. Schüsse, braun die, ich hab'n Stack. Ja, die hab' ich dir zugehofft. Gib mir nochmal die 8, äh, die 17 roten. Ich teile alles, brühe doch nicht auf. Wille. Ja. Du musst mir dabei nach Echtzeit gehen, mein Scan zu ändern, ne? Ja, das Gesicht. Zu verbessern. Na ja. Auf Gruffel LP. Jawoll. Äh, der 9. Der 9. Together Games Play LP, ich bin Junge. Ja, ich kenne den Namen nicht. Warum sollte man den Namen von seinem YouTube-Account kennen? Wer macht denn sowas schon? Jeder. Und wir hoffen, wir gewinnen das. Aber wenn wir gewinnen, sollten wir noch Eisen fahren. Gleich. Irgendwann. Ich lass mir damit immer Zeit. Wie viele leben noch? Nicht so viele. Okay, lass dir Eisen fahren, Philipp. Die Höhle, da hat mir so ein Auge gestochen. Ich hab Kohle gefunden. Boah. Eisen. Eisen. Oh. Das ist ja ein apathiker Profi. Ach was. Wie hast du den denn gefunden, ey? Wer? Das Eisen. Das war da. Das war da. Nein, ich war nicht hinter einem Block. Ach so. Ich schäm dich. Ich komm Philipp wieder mit, du hast Notos. Nein. Du kommst immer zu mir. Ab heute ist es extra. Willst du nicht mal das Eisen abbauen? Da, da, komm her. Komm her. Hier ist Kohle. Hier ist Eisen. Und hier ist nochmal Kohle. Und hier ist nochmal Eisen. Und hier ist eine Schlucht. Und dann nochmal Eisen und Kohle. Und Kohle. Kohle. Kümmer dich selbst drum. Kohle. Lava. Oh. Eisen. Und Gold. Und Kohle. Wo bist du? Hey, ich häng fest. Oh, ne. Hab keine Pickel. Ja. Die wollte ich dir gerade geben. Ja, komm mit. Hier. Eisen. Eisen. Oh. Meins. Sing. So, jetzt kannst du auch für dich alleine saugen, oder? Ich glaube, hier sollten wir genug Eisen zusammenfahren. Hä? Darf ich nach ganz unten? Ja, springen wir zur. Ja, springen wir zur. Geranimo. Da findet uns zumindest nicht so schnell jemand. Hoff ich doch. Und wenn er sich gerade runterbaut? Oh. Gehen wir ihn fesse. Dann ist er auch tot. Denke ich mal. Philipp sneakt dich aber immer, falls ein Stumper kommt, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kann man von einer hohen Position springen und er kriegt nur zwei Herzen Fallschaden und der Fallschaden, den er normal kriegen würde, würde auf uns übertragen. Aber wenn man sneakt, kriegt man halt auch nur zwei Herzen Fallschaden. Man kriegt keinen Fallschaden, man kriegt Stumper Schaden. Hier kriegst man Eisen. Ähm, das sind acht und drei Kohle. Fahr mal Kohle oder so. Ich mach... Oh, das auch noch. Sie. Gold braucht ja keinen Menschen. Was war da oben? Ich muss nach oben. Das Fiest wurde noch nicht angekündigt, oder? Yay. Kann ich irgendwie ganz schön schnell schwimmen, oder warum war ich eben zu schnell? Nein! Wille, wo bist du? Und gerade auf dem Weg nach oben. Hab Eisen gefunden. Mach das mal nach. Hast du mir dein Eisen gegeben? Ja, acht Stück Gruffel-Elpy ist tot. Boah, der war Madman. Und den wolltest du verfolgen. Ich will nach hinten losgehen. Eindeutig nach hinten. Da ich nicht weiß, wo du bist, fang ich mal an mit dem ganzen Kraft. Ich hab jetzt noch sechs Eisen gefunden. Ich geh nochmal Kohle holen. Und langsam ist auch sowas gut. Ich hab nochmal Eisen gefunden. Soll ich das auch mitnehmen? Nee. Ich hab noch Kohle und Eisen besorgen. Was macht hier der Geronimo? Oh. Yay. Wo bist du? Ach, da. Boom. Ich wirf dir mal mein Eisen zu. Du weißt, wie man damit umgeht. Und Schneebälle. Du weißt auch, wie man damit umgeht. Und mein Essen. Und Kohle. Oh, und Leder. Yay, Redstone. Okay, ich mach dir mal ein Eisenbruchpanzer. Da hast du. Ein Eisenschwert. Da hab ich. Da hast du. Ich lehre mein Inventar mal. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das, 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 das. Das kann weg. Das, das, das. Das kann weg.